Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Endgleich, Ausgilde Nummer 2 gegen die Wilder Destroyers. Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit unserem Match an. Ups. Nein, ich habe ja noch den Dale drin. Aber ich glaube, bei dem Gegner hier, der kann gar nicht so viel schief gehen. Wenn ich hier Wiege schule, das könnte... Ah, der Dale hat geholfen, den da oben gleich wegzuhitten. Ich wette, kloppt, ey. Ist das witzig. Na gut, okay. Coole Sache, ey. Naja. Der Dale hat geholfen. So. Dann schauen wir mal jetzt hier weiter rein. Ich muss erst mal den Dale da rausnehmen. Das geht gar nicht. Ich kann nicht den Dale drin lassen. Ah, ba-bam, 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 ba-bam. Etina. Zur Erklärung für diejenigen, die noch nicht so weit in dem Spiel sind. Ein Dale ist ein Verteidigungscharakter, der puncht, also der boxt unter Trevanche. Bedeutet also, es ist ziemlich schwierig, sage ich mal, oder relativ unwahrscheinlich, dass man eine glatte 100 gegen den holen kann. Ist natürlich alles möglich, um Gottes Willen. Ich will das gar nicht, gar nicht bestreiten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man gegen einen Dale eine glatte 100 holt. Weil er ja Schaden verursacht an den Karten durch den Punch. Das kann man ja meistens dann noch heilen. Aber dann kommt eben noch die Revanche-Funktion mit hinzu. Und dann wird das mit dem Heilen eben schon echt unwahrscheinlich, sage ich mal, dass man jeden Schadenspunkt weggeheilt bekommt. Das klingt jetzt erstmal banal. Das sind dann vielleicht unter Umständen pro Spieler oder beziehungsweise pro Match vielleicht nur ein, zwei Punkte oder sowas. Aber ein, zwei Punkte auf die große Masse gesehen. Ich meine, es sind 50 Matches, also 50 Spiele. Ah, 10 Matches, das sind 500 Matches. Und das kann eben dann unter Umständen schon einen ganzen Account ausmachen, ob der mit dabei ist oder nicht. Ich denke, es sind auch mehr als ein, zwei Punkte. Aber so genau kann ich das nicht sagen. Aber ich denke mal, so der Schnitt liegt so dabei. So. Wider Gates, wider Gates. Ja, fangen wir mit dem an. Der Schnitt ist aktuell ein klein wenig. Oh. Mr. Deliver. Oh, Little King Trash Mouth. Aber hilft dir auch nichts mehr. Baby. Der hilft dir auch nicht mehr. Noch sechs Matches offen. Und ein Hormon. So, womit fange ich denn jetzt hier an? Also, Winfrey. Winfrey ist nicht gerade toll. Fangen wir jetzt einfach mal mit der Skimaske an und die pushe ich dann von der Seite mit der Lila. Und jetzt den Roger noch mit Mr. Business. Und dann haben wir Marmalade. Und das war's. Dieses Match ist gut gelaufen. Nein, eine glatte 100. Blöd. Ja, Mann. Mega geil. Fünf Matches noch offen. so ladybird princess little pitties also wir fangen auf jeden fall mal mit der louise an hat die besten kombos gerade princess little pitties ist interessant aber die ist natürlich noch interessanter weil sie gleich den first hit rausholt da die paul tucker patrick erging charlie b 98 punkte geholt ja man 1920 und dann sind wir bei 39 und dann sind wir hier bei noch mehr und dann sind wir dabei nein das war egal habe ich die karte einfach mal ich wollte eigentlich vorbeiziehen und dann hat ja nichts ausgemacht also trotzdem eine glatte und nett geworden so auf los geht's los gegen braun bomber 99 noch geholt zwei matches noch offen und dann christian m 1205 bänder biege schule da will ich mir noch die dazu kommt 98 und das letzte match gegen megan goebes megan goebes home ec teacher high rack lobster und auch das mit einer glatten 100 so bis jetzt beim gegner gespielt gerade mal 19 leute bei uns schauen wir mal die liste durch georgias mit einer krassen 1000 knuckster 96 und schmobi 95 manubaya 98 treibendste scherlin 9 6 mosquitos 9 22 benny 7 70 tristan 990 mark foul 9 8 und 6 bb 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 950 marrunga 9 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 10 so 34 noch knapp eine dreiviertelstunde zu spielen ist momentan ein klein wenig ernüchternd und da werden dann einige aus dieser gilde wieder rausfliegen die müssen dann alle wieder ersetzt werden dieses mal echt es fing stark an aber hat dafür umso stärker nachgelassen ja jetzt schauen wir mal dass wir wenigstens irgendwie noch in den top 200 wieder reinkommen das wird diesmal echt mega eng werden naja also wenn es euch gefallen hat dann lasst uns einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet es nicht mal wieder ein wenn es wieder heißt das animation throwdown mit mir immer gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss